Willkommen bei Dr.Future. Über digitale Medizin sprechen kann jeder. Wir probieren sie aus. Mein Name ist Tobias Gantner und heute geht es um diesen Muffin, was der mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Ich habe drei Kinder und gerade deshalb liebe ich das Aufräumen. Ich bin gewissermaßen ein Aufräumexperte. Lego zu Lego, Märchenbücher zu Märchenbücher, Puppen zu Puppen. Wenn ich sehe, was da passiert, dann sitzen meine Kinder in ihren Zimmern vor einem großen Berg an Spielsachen, den sie nicht alleine ordnen können. Ordnung ist aber wichtig. Und klar, man kann es auch übertreiben. Aber eigentlich brauchen auch wir Erwachsenen jemand, der uns dabei hilft, Ordnung zu halten. Wir nennen das dann Komplexität. Und zur Reduktion, zur Verringerung der Komplexität, da hilft uns die künstliche Intelligenz. Und jetzt, jetzt komme ich endlich zu meinen Muffins. Und bei uns zu Hause bin ich dann nicht nur fürs Aufräumen zuständig, sondern auch ab und zu im Backoffice unterwegs. Das ist die Küche. Und gerade bei Kindergeburtstagen bin ich dann aktiv und backe Muffins. Und während ich diese Muffins backe, überlege ich mir, wie kann ich die verzieren, welche Augen haben die, welche Farbe haben die und so weiter. Und ich versuche die dann so schön wie möglich zu gestalten, mit lachenden Gesichtern und weinenden Gesichtern. Und irgendwann, beim letzten Mal, war es mir langweilig. Und dann habe ich mein Smartphone genommen, in dem ja auch künstliche Intelligenz und Mustererkennung ist, und habe mein Smartphone mal über die Muffins laufen lassen. Und tatsächlich, drei Gesichter sind erkannt worden. Das ist spannend. Dann bin ich auf die nächste Seite gegangen und habe festgestellt, dass er mir zwei Kontaktvorschläge macht. Aber wenn drei Gesichter erkannt worden sind und er zwei Kontaktvorschläge macht, warum denn das? Dann habe ich mir das genauer angeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass es sich bei dem einen Kontaktvorschlag, den er mir nicht macht, meinen Muffin mit gelben Augen handelt. Möglicherweise ist mein Programm schon klug genug, mir vorherzusagen, dass hier möglicherweise einer eine Hepatitis hat oder Gelbsucht in der einen oder anderen Form und aus diesem Grund mir diesen Kontakt vorenthält. Wie auch immer. Es ist spannend, dass die künstliche Intelligenz doch nicht so intelligent ist, dass sie mir die richtigen Vorschläge macht und dass sie Muffins als Kontakte erkennen kann. Aber wir können die Intelligenz noch intelligenter machen. Sie ist mehr als nur ein Buzzword oder ein Hype. Sie ist vergleichbar mit dem, was im 19. Jahrhundert die Elektrifizierung war. Sie ist bahnbrechend. Wir haben zum Beispiel innerhalb eines Wochenendes eine künstliche Intelligenz durch viel Training dahin bekommen, Lungentumore mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent zu detektieren. Gleichzeitig wird viel künstliche Intelligenz weltweit eingesetzt, um Diagnostik für Ärzte und Patienten besser zu machen. Was die künstliche Intelligenz braucht, um wirklich gut zu sein, das sind Daten. Viele, viele Daten. Wir sollten uns dabei auch über das Thema Datenschutz unterhalten, aber eben nicht nur. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir von der evidenzbasierten Medizin zur datengetriebenen Medizin gehen. Wir werden in wenigen Jahren Fachärzte für datengetriebene Medizin haben. Als Corona begann, haben wir eine Web-App aufgesetzt namens Faster Than Corona. Damit sammeln wir über altruistische Datenspende Patientendaten. Wir bezeichnen das als computergenerierte Biomarker. Mit unserer künstlichen Intelligenz, die wir dazu programmiert haben, die auf statistischen Methoden basiert, können wir Hypothesen überprüfen und mit diesen überprüften Hypothesen und unseren Daten maßgeblich zum wissenschaftlichen Fortschritt beitragen. Wir sehen dabei keine einzelnen Patienten. Und ja, es sind ungeordnete sogenannte Dirty Data. Und wir suchen nach der goldenen Nadel im Heuhaufen. Aber genau dafür nutzen wir die künstliche Intelligenz. Ist künstliche Intelligenz ein Thema für das Healthcare-Maker-Mobil? Selbstverständlich. Wir haben da drin einige KI-Produkte, die wir ausprobieren, Robotik, die über künstliche Intelligenz funktioniert und vieles mehr. Deswegen künstliche Intelligenz muss ins Healthcare-Maker-Mobil. Und wollt ihr mehr zur digitalen Zukunft der Medizin erfahren? Dann abonniert meinen Kanal. Denn eins ist klar, wer die Zukunft gestalten will, der muss sie ausprobieren.